wunderschönen guten tag willkommen zurück zu einer weiteren folge jumanji beim tabletop simulator mit dabei ist wieder der blankwolf alle hallo wieder der toni und die maryke ist neu dabei hallo hallo so wir würden erst mal wer anfängt maryke kommen ladies first das anfangen zu würfeln eine sechs also wenn da bin ich immer noch nach dir dann toni eine 4 war ja wieder klar toni eine 10 und ich habe eine 12 ich fange an also kriyan toni maryke ich genau so sieht es aus und los geht's ich bin das letzte einmal springen lassen eine sechs das sind 2 3 4 5 6 ziehen uns ein kärtchen drehen es um ich drehe es aber um weil es mir wieder blöd zu lesen ist ich hasse dieses spiel manchmal gell his things are sharp he likes your taste your party better move post haste a white lion is on the crowd on the prowl all players move forward one space bist du warst da gar nicht war da gar nicht dran also geht jetzt einen schritt nach vorne gehen ja wunderbar ich war gerade karte jetzt ist das nicht nett vom krieren ja ich hilf mal danke danke dass du bist du das ist sehr hilfreich dieses vier vier sechs zwei drei vier sechs bitte nochmal dann bin ich gleich im ziel crawling and slivering up from the flute comes comes thousands of beaches to suck your blood Das ist gut! Warum ist das gut? Weil sie deine Wunde desinfiziert haben an deinem Bein. Woher habe ich die Wunde? Vom Tiger? Wahrscheinlich. Mareike, du bist dran. Ja, super. Warum? Wunderbar, jetzt muss ich etwas Kartenziehen und drum? Ja. Dann in der Hand halten, genau, und drücken. Wunderbar. Krian, möchtest du das gerne vorlesen? Nein, du kannst es selbst vorlesen. Dann müsste ich die Karte aber drehen. Oh Mann, dreht mal Karten. Wollte ich mir helfen? Ich habe sie gerade gedreht. Ja, super. Du kannst mit dem Maus auch anscrollen. Na, super. Feline spots in the jungle blend the cautions of her, she's not your friend. Seitlich lesen es nicht einfach. Also du musst bei deinem nächsten Wurf weniger als eine 3 werfen, sonst skippst du einfach den Turn. Aber nur einmal, nicht wie ich vorhin zweimal. Von daher ist noch alles okay. Blankwurl bist dran. Ja, ich wuffel mal. Noch spielt er rum. Eine 9. Eine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Na toll, schon ist er umgefallen. Und 9. Mein Ritter ist schon besoffen. Der edle Ritter. Na ja, so edel ist er nicht. Ahem. Oh, Van Pelt. In Hunter van Pelt. It makes you feel just like a child. Nein, Hunter van Pelt appears. Move backward until you fall on the dice. Scheiße. Ah, das ist gut. Das akzeptiere ich. Das ist lustig, ja. So, dann bin ich jetzt dran. Jo. Hoch geht er und er kommt runter mit einer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme hier. Die war nicht ganz so schlecht bisher. A caravaness yawn with tusks of course. Be sure to skip this with a horse. Sneak by your hippopotamus. Roll a number lower than 5 on your next turn or skip your turn. Ach. Ich meine keine 3 krieren. Richtig. Das Wort ist aber auch schlimm. Was? Hippopotamus? Ja, genau das. Genau. Zungenbrecher. Nur Tammus, nicht Tatamus. Oder Tapper. Hippopotamus. Wow. Sauber. Er rennt, förmlich. Er rennt. Dafür, dass ich erst 2 6en hatte. Don't be fooled. It isn't fun. Staying but would be a plunder. It's damped. Yeah, it's damped here of wild animals destroyed the house. Our player moved back 4 spaces. Wow. 1, 2, 3, 4. Gut, ich bin aktiv 2 Schritte zurückgegangen. Die Runde. So, also, die Mareike hat eine Karte, sie darf nicht mehr als eine 3 werfen, sonst zählt's nicht. Nein. Weniger als eine 3. Sie darf nicht mehr als eine 3 werfen. Roll a number lower than 3. On your next turn or skip your turn. Richtig, das heißt weniger als 3. Sag ich doch, nicht mehr als 3. Nein, nicht mehr als 3 heißt auch eine 3. Werf einfach. Zu viel. Fertig. Äh, toll. Darum geht's im Endeffekt. Ich bin nicht diskutiert. Ich glaub sogar, das Spiel spielt man nur mit einem Würfel. Nein. Nein. Deswegen sind ja 2 Würfel da. Wieso willst du denn auf eine 8 kommen? Das stimmt, macht Sinn. 1, 2, 3, 4, 5. Hau ab. Zieh sie grad nochmal. Komm, zieh sie grad nochmal. Oh, schade. Oh, schade. Wow. Keiner bewegt sich. Keiner geht vorwärts, es sei denn er hat irgendjemand eine 6 gewürfelt. Bist irgendeiner. Ich bin jetzt dran. Irgendeiner eine 6 würfelt. Ich leg es mal in die Mitte. Wenn ich jetzt eine 6 würfel, darf ich die Zahl doch gleich gehen. Das haben alle aufgetaut. Ja, ja. Ist übrigens auch aus dem Film. Ach, rennt da auch ein Pelikan über das Spielfeld? Nein, ein Pelikan klaut das Spielfeld. Achso. Toni? Ne, ich bin nicht dran, oder? Doch. Das stimmt. Kriegen darf nicht. Okay, dann zeig ich dir mal wie die 6 gewürfelt wird, die wird nämlich so gewürfelt. Ja, du mich auch. Und Mareike? Na komm, etwas Glück, bitte. Jetzt ist hier mein Hypo-Po-Po-Tamos weg. Ne. Ach, wow. Das Addia zählt aber nicht. Yes. Schade, passt. Ich zöger in die Folge nur hinten auskriegen. Ja, und mehr geht's nicht. Ist auch gut so. Ich wollte einfach nur, dass Mikriya mehr Werbung schalten kann. Da ist die 6. Und direkt eine 11 drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Würfel weg. Danke. F-Was? F-Ferlin? Nee. F-Feline. Spots in the jungle land. Äh. Die Cautions of her, she's not your friend. Wieder mal der Leopard, den hatte vorhin die Mareike, jetzt hast du ihn. Ja. Ach nee. Du musst mir den ganzen 3 würfeln. Sag die Leoparden, nee. Der Tiger war cooler. So, mal gucken was Mareike würfelt, eine 6. Schon wieder. Hey. Hi. Okay. Jungle Plague Germs, there's a melody, you can't see them, but they're deadly. Germs infect around on your leg. Lamp, backward, one's face. Na super. Also 1, zurück. Warum durfte Tony vor? Weil Tony gescheißt. Weil das ein Tiger war, Tiger sind viel coole. Toll. Hallo. Wühlen du 1 vorbei. Jetzt macht der Tony beim nächsten Wurf eine 5, der Blankwurf macht beim nächsten Wurf eine 5 und dann haben wir endlich mal einen Showdown. So. They grow much faster than Bamboo. Take care or they come after you. Wines tie you in knots. Move back one space. Oh, da musst du halt eine 6 würfeln. Ich versuch's. So, auf geht's jetzt hier. Nee, krieg mir nicht hin. Eine 3. Nee, eine 2 bitte. Ich würfe jetzt eine 7, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Komm her, Kärtchen. Was sagst du uns? Push, now just listen. No complaints. No more Crips. The power belong to the beasts with the stripes. A zebra carries you ahead to space. Drs 3. Da püffelt ja schon so viel. 1, 2. Richtig so. Nah dran, Tony. Nah dran, Tony. Du darfst nicht. Hast du. O increased. Booty and Th Computersmith. Bitte wieder 3 Felder zurück. Und eine Karte ziehen weil du die Regeln gebrochen hast. Nee, nix da. Doch. Nein. So war's auch im Film. Außerdem hab ich das in der ersten Runde auch gemacht. Richtig. Ich hab auch ne Karte gezogen. Regelbrecher müssen eine Karte ziehen. Okay. Verdammt. Und du beschwerst dich erst. Komm, jetzt würfel mal ne 12 oder so. Okay. Ich bin zufrieden mit dieser Strafe. Ich nehme sie an. Ja, würfel ne 12. Dann bin ich auch zufrieden. Ich hab keine 12. Pass auf. Fünf. Ja gut, dann bist du nah genug dran, um danach zu verkacken. 1, 2, 3, 4, 5. Komm, Blankwulf! Warte, warte, ich muss erst ne Karte ziehen. Ich muss erst ne Karte ziehen. Blankwulf, du musst ne sechse machen. Wenn du siehst, du wirst sie schlafen. Es ist ein dick und ein krein und Ich weiß, du flake. Nächstern. Gut, Blankwulf ne 6. Jetzt kann ich auch ne zwei Dreien würfeln. Das wär ja in der Summe auch ne 6. Ja. Zwei Dreien. Okay, Mareike. Ja. Eine 7. Bis den Glück? Bitte? Ich betone, ich muss Seifers lesen, ja? Oh, ihr seid so lacker. Das ist die giftige... Nein! Das heißt, Blankwulf darf nicht. Blankwulf darf der nächste Wurf nicht. Und Toni darf den nächsten Wurf nicht. Ja, aber du bist jetzt erst mal dran nach Blankwulf. Jetzt bin ich dran, ja. Ich mach ne Elfen, hab ich gewonnen, dann ist alles ok. Achso, den Toni war ja noch nicht dran. Drei, nah dran. Eins, zwei, drei. Nein. Flag a great white, shark down the Nile. Beware the 25ft Crocodile. Go back one space. Mein ich gegen ihn im Kampf verloren habe. So, jetzt ist die Karte hoch eingelöst. Also das heißt, jetzt ist die Mareike dran. Mareike ist wieder dran. Auch schon wieder. Also Blankwulf nur 6. Ja. Komm schon, lass ihn noch ne Runde aussetzen. Das heißt, Mareike fällt, setzt aus die nächste Runde. Blankwulf, du bist es. Komm, mach das. Wir hatten noch kein Dice-Pattle. Das wird keine 6. Komm schon. So much pressure. Das sind zwei Sechser. Ey, das zählt, komm. Okay. Sechs. Sechs. Weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Sechs Schaute zurück. Ich glaub ich gibt's gar nicht. Hush now. Just listen. No complaints. No more gripes. The power belongs to the beast with the stripes. Zwei vorwärts. Zwei vorwärts. So. Zwei. Nach Blankwulf bin ich dran. Ja. Joop. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ne neun. Komm schon. Das ist ne Zehn. Komm. Ne Zehn. Ah. Ne vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich nehm bei... Oh, bei hier die ist ganz gut. Ich nehm die hier. Beware the ground on which you stand. The floor is quicker than the sand. Limited movement. Any number higher than three skips your turn. Schon wieder? Ich krieg das jedes Mal. Ich wollt grad sagen, du magst die Treibstand, oder? Ich krieg die jedes Mal, die Karte. Komm schon, zwei Einser. Zwei Einser. Acht. Schön. Geh mal ein paar Schritte zurück. Von und zu. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. A tiny bite can make you itch, make you sneeze, make you twitch. Hopefully I move back to spaces. Oh, hi. Oh, jetzt, oh. Aber ich krieg dich nicht. Weil ich maximale drei werfen darf. Oh, das ist aber bloß. Mareike, du musst aussetzen. Regel gebrochen, Regel gebrochen. Sie hat nur den Würf in die Luft geworfen. Er hat sie nicht getan. Eich, 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 eich. Denk, du bist dran. Eine 5 und du gewinnst. Denk dran zu sagen, Mau Mau. Das war halt nicht geklappt. Ich wollt sagen, du musst Mau Mau sagen. Denk dran. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Schade, eins zu wenig. Jawoll, einen Schritt zurück! Auf geht's, Tony, du kannst es schaffen! Muss ich jetzt ne 4 würfeln gleich? Erstmal bin ich drin. Ja, würfeln bitte ne 4, damit ich dich zum Start zurückschicken kann. Ich darf number higher than 3. Okay, was habe ich? Zu viel. Nummer 1. Ich darf nochmal maximal ne 3 werfen. Hä? Nochmal? Ja, nachher. 2 turns. Ich wollte grad sagen. Komm schon ne 4. Ja! Battle! Das Battle! So, jetzt ist folgendermaßen... Warte, 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 wir haben extra solche Figuren, da müssen wir uns schön gegenüberstellen und dann den Attack-Roof machen. Wenn zwei Spieler auf das gleiche Feld landen, gibt es ein Würfel-Battle. Jeder würfelt und derjenige, dessen Augenzahl niedriger ist, muss zurück zum Anfang. So, da Tony attackiert hat, wird jetzt Tony zuerst würfeln. Mach die breit! Für meine... Pass auf, es wird ne Doppel-1. Das wär lustig. Ne 9. Ne 9. Scheiben-Leister. So schlecht. Blank-Wulf, was macht Blank-Wulf? Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht. Oh, er war schon knapp. Ne 7. Blank-Wulf zurück. Blank-Wulf zurück zum Start. Und, Tony, du musst noch ne Karte ziehen. Achso, stimmt. Da war was. Jetzt heißt da auch, geh zurück zum Start. Ja! Äh, äh, cavernous yarn with tusks of curls. Be sure to skirt this river horse. Wieder. Okay, sneak bei Hippopotamus. Roll a number lower than five on your next turn or skip the turn. Gute Nacht, Tony. Ist Mareike dran? Ne. Ja. Oh. Ah, selbst mit ner 12 komm ich nicht mehr an Tony ran. Oh, ner 8. Oh! Oh, close. Aber Mareike ist kurz vorm Ziel. Ja. War ich auch schon. In the jungle, you must wait until the dice spread 5 or 8. Any player must roll 5 or 8 on the dice for you to rejoin the game. Ja, Mareike, du machst erstmal Pause. Mareike, du bist raus. Ja, ja. Aber du fängst an. Blank-Wulf fängt an. Wenn er jetzt ne 5 oder ne 8 in der Summe macht, bist du wieder drin. Ich mach jetzt eh. Ich mach jetzt eh. Was? Ich mach das auch mal mit. Ne 4. Nah dran. 1, 2, 3 und 4. Ahem. Raging and howling, a gale throhns its might. Hold on for dear life or be blown out of sight. Oh, and a tornado appears. All players roll the dice. The lowest number skips a turn. außer Mareike außer Mareike, Mareike ist raus Mareike ist quasi der Hohecker in dieser Runde so, das ist gerade Blankwolf gewesen, oder? mit der A Tony ah, komm komm, komm, verkack's nicht ja dann zählt die hier sowieso nicht, oder? ist er jetzt dran, ja kann ich die wegmachen und ich bin sowieso dran, also nein, 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 die Karte sagt ja, skipp deine Runde und die sagt, äh, bei deiner ja, wenn ich höher als ne 3 mach ja, aber du skippst ja deine Runde, das heißt die wird niemals ausgelöst weil deine Runde nicht passiert oder warte ich halt noch ne Runde 1, 2, 1, 2, 3 Gott, der schmiede da vorne Elephants charging you must confess a freight train's damage would be far less move forward one space ja gut, dann braucht er halt ein 1er-Pass die Wahrscheinlichkeit ist kleiner also die Höhe der jetzt abhaut ist gut ähm, Tony ich werde nichts sagen aber du wirst naaaat und damit hast du gerade einen illegalen Move gemacht und hast noch eine Karte zielen und na, komm schon gehst du mal zurück 1, 2, 3, ja jetzt stimmt es da. Ich vergesse das die ganze Zeit. Bitteschön, noch eine Karte. Komm schon was Gutes. Na, don't stop the game, you'll realize, all one of you may vaporize. All player roll the dice, those numbers give the turn. Ich nicht. Jetzt ist das hier auch weg. Man, ich vergesse das immer. Äh, gehen willst du? Ach, mir ist das egal. Ob so weniger als 6, dann bin ich raus. Na, don't. Und Tony setzt eine Runde aus. Nach Tony ist Mareike eigentlich dran, es hat aber keiner... Oh! Sie ist wieder drin. Sie ist wieder drin, Tony hat eine 5 gewürfelt. Deswegen hat er den Regelbruch begangen, Mareike ist wieder drin. Der Tony hat die 5 gewürfelt. Deswegen ist es zu seinem Regelbruch kaum. Mareike darf machen und darf auch 8 Felder zurückgehen. Ja. Super, dass du wieder drin bist. Wir kommen zurück, Mareike. Jetzt siehst du dieselbe Karte nochmal, das wäre fies. Komm. A hunter from the darkest world makes you feel just like a child. Oh, Van Pelt ist wieder da. Rückwärts laufen. Hunter Van Pelt appeals, move backward until you roll a 4 of the dice. Okay, jetzt vielleicht doch... Bis du eine 4 gewürfelt hast auf eigene Würfel. Hättest vielleicht doch draußen bleiben sollen, Mareike. Ja. Ich glaub's auch. Ähm... Blankwürfelt gerade. Wow! Er rennt auch wieder. Ja, okay. Was haben wir hier? Wow! Ich hab mich ein Feld bewegt. Todi, das geht auch für dich. Okay, warte. Ja, danke. Kein Problem. Also ich darf maxim... Nee. Number higher than a three. Also ich darf eins... Oh, guck mal. Hihi. Mareike fliegt mit. Oh, ich hab nur 3. Welch Pech aber auch. Okay. Aber amnächst ist die Karte jetzt weg. Jo, ich setz Oma ne Runde aus. Mareike. Das heißt, Mareike ist wieder dran. Ach, bestimmt krieg ich jetzt nur 12. Wirf in die 4, ansonsten musst du rückwärts. Das ist doch getrocknet. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Das hätt sogar gereicht. Ja. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Darf ich nur ne Karte ziehen, oder? Ja, darfst du. Ja. Aber noch eine bitte. Mareike, eine bitte. 4 Felder zurück. Einen, nicht alle 19. Nur mal dringend, die zählt nicht. Sehr gut. Könnt ihr nicht einfach mal... Könnt ihr nicht einfach mal die Person machen lassen, die dran ist? So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. They boisterous. Laughing does provoke in any adventure. They are no joke. Einen vorwärts wieder. Cheers. Yeah! Hey, bist immerhin nur 11 nach hinten gegangen. Immerhin. So. Super. Plus die 8 gerade noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Jawoll! Wieder Battle! Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Battle! 4, 6, 8... Nein! Es ist Battle-Time! Komm her! Komm her, Toni! Jawoll! Da haben wir so wieder... Und kann diesmal der Herr Blankwolf gegen Toni gewinnen? Wahrscheinlich nicht. Blankwolf legt vor. Tschüss Toni! Der Zwerg ist stärker. Was ist das denn? Eine 9. Eine 9. Hat es vorhin nicht auch so angefangen? Toni hat eine 9 gereicht, ja. Oh, und es reicht auch diesmal. Ah! Toni zurück zum Start. Stopp! So. Und nach Blankwolf bin ich dran, nachdem er seine Karte gezogen hat. Ich stelle mich einfach tot und warte auf eure Rettung. Äh... Waiting Waters. Up and Flow. Beware Piranhas. Down below. Roll again any number. But a 6 is safe. Rolling 6 sends you back for spaces. Aber du darfst die Schritte nicht gehen, oder? Doch. Roll again. Ja, nur nochmal würfeln. Das heißt aber nicht gehe die Schritte, sondern nur eine 6... Nein! Jede Nummer außer 6 rettet dich. Wenn du eine 6 würfst, musst du 4 zurückgehen. Das heißt nicht, dass du vorwärts gehen darfst. Nur würfel nochmal. Da steht nicht gehe die Anzahl der Schritte. 12. Blöd gehabt. Da macht er doppel safe. Ja, keine Ahnung. Es steht nicht drin. Also es steht nicht, dass du gehen darfst. Sondern nur würfel nochmal. Rolling 6 sends you back for spaces, ne? Du musst jetzt 4 zurückgehen. 5. Jede außer 6 ist safe. Ja. Ich hab doch mehr als 6 gewürfelt. Stimmt, ja. Er hat eine 12. Die Summe ist ja anscheinend. Ja, aber die Frage ist ob er gehen darf. Weil es steht nicht, dass er gehen darf. Nur würfeln nochmal. Aber beim Thunder steht auch roll again. Da heißt es aber gehe oder sowas steht noch drin. Leider haben wir den Thunder nicht mehr hier. Müssen wir jetzt suchen. Du du. 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 Was war diese unklaren Regeln? Du suchst du das gerade? Ja, wollte ich. Geht das überhaupt? Ja, leider nicht so wie ich das gerne hätte. War relativ lang her, oder? Thunder, Thunder. Technische Schwierigkeiten. Ja, muss halt mal geguckt werden. Muss ja diskutiert werden, was da los ist. Nicht wahr? Bitte warten Sie einen Moment. Bitte. Please hold the line. Greer, das ist egal ob wir das so oder so machen. Blankwolf gewinnt eh nicht. Das ist kein Thunder, das ist das Krokodil, das ist die Schlange, das ist das Zebra, das sind Moskitos. Hatten wir überhaupt schon den Thunder? Weiß nicht. Ha. Hatten wir noch gar nicht. In der Runde. Ja dann G12. Mir ist egal. Nach hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und zieh ne Karte. Oh Gott. Every month at the quarter moon there'll be a moon soon in your lagoon. Ach nö. Ich muss wieder eine ungerade Zahl werfen um fortzufahren. Sehr schön. Das heißt ich bin jetzt aber dran. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und ich gewinne. So nicht. Ist nicht ganz neun. Wow. They march and eat and march and eat if I were you I would watch my feet. All players move back one space. Die Arme also sind wieder da. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt liege ich hier hinten. Super. Du bist aber dran Toni. Und los rennen. Zwo, vier, sechs, acht, neun. An angry sky hears bolts of flight. If you can't take cover you'd better take flight. Ah da haben wir's doch oder? Run to safety and roll again. Steht auch hier. Ja aber da heißt es run to safety, heißt es lauf. Das ist grad drinne, was vorher nicht drin stand. Naja, run to safety heißt eigentlich, er stelle ich irgendwo unter. Ja, eigentlich schon. Ist ja egal. Oder renne in Sicherheit. Wir haben's ja jetzt bei Black Wolf auch gemacht. Wenn der roll again steht, darf er laufen. Fertig. Ja gut, bei dem ist es aber klar. Eins, zwei, drei, vier. Na, eins, zwei. Du überspringst doch. Was willst du denn? Er wollte dich eh verloren. Du hättest eh verloren. Du hättest eh verloren. Ja. Ey, glaub ich nicht. Achso, halt, warte. Ich muss noch ne Karte ziehen. Warte, ich muss noch ne Karte ziehen. Das ist richtig. A tiny bite can make you itch, make you sneeze, make you twitch. Swarm of Moskitos appear. Oblast, move back two spaces. Zwei. Mann, ich wär jetzt, ich wär jetzt gerne eins nach hinten gegangen. Ja, wär ich aber auch weg gewesen. Ist ja egal. Mareike, musst du n Rückwärts genommen? Ne, nur ich. Nein, aber jetzt. Achso, und du alleine. Ja. So, Mareike, du brauchst ne Vier. Insgesamt oder auf einem Würfel? Ne, auf einem Würfel. Ja, super. Ungefähr so. Also darfst du neun Schritte vorwärts gehen. Die nehm ich gleich mal weg, die gilt nicht mehr. Äh, hallo. So. Karte. Spiele neben dir geht ein Schritt zurück. Neat a hand. Äh, where you just wait will help you out. We, we each have eight. Okay. Let us carry your head two spaces. Oh. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Spinnen. Ne. Dann ist ja gut. Oh, es ist eine Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. Und zurück. Ich darf in meinen Rückwärts laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da ist die auch Geschichten. Es gibt so neue. Beware the ground on which you stand. The floor is quicker than you stand. Haha. Unlimited movement. For two turns any number higher than three skips my turn. Ich brauche ne zwei zum Gewinn. Da ist ob. Ach, da ist er. Ich habe mich gerade gewundert, warum er nicht hoch ist. Äh, du kostet zwei? Davor habe ich ne hohe Zahl gesagt, da kam ne niedrige Zahl. Äh. Toni hat deine Logik nicht verstanden. Leider nicht richtig. Aber jetzt brauchst du ne zwei. Ja, nach dran nicht, wa? Ähm. They grow much faster than Babu. Take care of they or they will come after you. Move back one space. Also brauch ich ne drei. Jetzt würde mir natürlich die Karte die du hast, Blankpuff eigentlich sehr gerne. Drei, eins, zwei, drei. Elephants charging, you must confess, a friedman's damage would be far less. Move forward one space. Ja, hol dir noch einen Schritt auf. Mareike ist dran. Ja, ja. Guck mal, wir wissen, wir tümmeln uns ja alle hier in der Ecke und du dahinten. Ja, super. Was gibt's nun? You are almost there with much and it's fake. But now the ground begins to quake. All players move back two spaces. Das ist für mich ganz gut. Für mich nicht. Oh, du wirst es vier. Ne zwölf. Ne, er meinte ja mich, damit wir ins Duell kommen. Er wollte mich ja zurücksenden. Rian, du bist dran. Ach stimmt, du darfst ja nur ne drei machen. Ich darf nur ne drei. Ah, schade. Achso, das ist mir jetzt. Ah, ne, warte mal eins. Ne vier und ne sechs sind zehn. Zwo, vier, sechs, acht. Hallo Mareike. Hallo. Was ich hier auf dem anderen fällt. Knapp, Krian. Naja, wir ziehen jetzt mal hier ne Karte. Das geht mal langsam auf den Sack, was da drüben für Karten kommen. Splinter drafters all around duck. Them all day will, uh, they'll pin you down. Move back one space. Get stuck under a wooden. Ich bin doch die anderen genommen. Naja. Ein weiterer Schritt zurück. Oh, das ist ja falsch. Okay. Ja, hier. So. Mareike ist dran. Eine zwölf. Das ist zu viel. Ich bin dran. Stimmt. Tony ist dran. Ausgewürfelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Oh, da ist er fast wieder zurück. Du darfst doch mal ne Karte ziehen. Also Tony, ich muss dich jetzt leider enttäuschen. Du hast nen illegalen Move gemacht. Die zwölf ja genau reingegangen. Echt? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Er hat doch recht. Ich hab illegaler Move. Karte ziehen. Das Spiel ist scheiße. Also ziel deine Karte und deine Schritte zählen nicht. Oh, ich kann nicht zählen. Nö, ich hab jetzt gebockt mehr zu lesen. Roll an odd number. Ist das dran? Mareike ist dran. Ja, super. Ja, Tony hat's mal richtig gezählt. Oh. Passt das jetzt oder nicht? Nein, das reicht nicht. Na toll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also acht Schritte zurück. Ach, schön. Und ein Kältchen ziehen. Mathe-Leistenskurs, ne? Ja, aber da zählt man auch nicht viel, oder? Müsse noch wie an easy mission. Monkey slow the expedition. Gib ja next turn. Das heißt, reingesetzt einmal aus. Blinkwold, was machst du denn? Ich versuch ne drei zu würfeln, aber ich bezweifle es. Los, ich glaub an dich. Ja, gut. Nein. Aber jetzt warst du um bei dir. Sechster Pasch. Fünfer Pasch. Aber ist doch jetzt sowieso um, ja. So, was mach ich? Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und wir nehmen die Karte, drehen sie um und jubeln, weil... Riff six foot, wingspun, sound of swish it, thinking the gamebot is a fish. Och nein! All players wies until a player rolled six on the dice. Also wenn eine sechs gewürfelt worden ist. Zu wenig, Tony, zu wenig. Zählt die Karte jetzt eigentlich? Es spielt keine Rolle, du bist festgefroren. Ja, aber die ist ja doch... Ich hab doch ne Dings gewürfelt. Nein, du bist festgefroren, damit ist die ungültig. Mareike setzt sowieso aus. Oder bist du Blankwolf? Mach ich mir dran, Mareike. Es haut ihn um. Das ist auch nicht genug. Eine sechs und ne zwei ist ne acht. Das ist zu viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Verdammte Scheiße. Das ist eins zu viel. Aber immerhin, wir können uns jetzt wieder überwägen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, vielleicht gibt's ein Treffen mit der Mareike. Och ne. At night they fly, you better run. These winged things are not much fun. Run from the beds. Move forward one space. So viel dazu. Doch kein Treffen. Doch kein Treffen mit Mareike. Okay, Tony. Man kann sich mal zugegen. Eine ungerade Zahl, bitte. Eine ungerade Zahl. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Tony hat keinen Bock mehr. Und drei von jetzt zurück. Sei ruhig. Ach, leck mich. These purple lovelies you'd want to grow if it ran for the poison barb. Aha. Bitteschön, Tony. Ach, Mann. So, bitte eine fünf. Danke. Ach, Manu. Lometa. Mareike, hast du da vorne schon ausgesetzt? Oder musst ich sie jetzt nochmal aussetzen? Ja. Ich hab gerade ausgesetzt. Hört davor ausgesetzt. Dann darfst du jetzt würfeln. Ja, danke. Eine Fünf. So, jetzt können wir uns einmal zuwinken. Hey. Kann ich nicht einfach durch das Gebüsch durchgehen. Okay. At night they fly, you better run, spring things and not much fun. Ja. Eins weiter, ne? Ja. Eins weiter nach vorne gehen. Das waren wieder mal die Fledermäuse. Fick. Wir haben auch Satsch da. Was ist denn dafür? Was soll das denn? Blank Movies dran. Boah, ich sehe nicht, was ich gewürfelt habe. Ne, die Hände da weg. Eine Acht. Eine Acht. Du kannst über die Würfel überhaupt auch alt machen, ne? 4, 5, 6, 7. Nehmen wir die zwei weg, bitte. Acht. Nein, Toni, das ging auch nicht, weil da auch eure Hand drüber war. Big as fists, these balls of ice through umbrellas they were sliced. Oh, die hatten wir noch nicht cool. A hailstorm slows everyone down. Any wall higher than two is considered two for the next round of turns. Hä, was? Also, jeder darf maximal, egal was er würfelt, er darf maximal eine 2 laufen, bis ich wieder dran war. Ganz einfach. Muss ich dann überhaupt würfeln? Ja, es macht Sinn. Ich meine, wenn du kurz vorm Ziel stehen würdest, wäre das super praktisch. Das wäre echt gut, ja. Aber ich darf nicht. Ich muss aussetzen. Zack, mein Zug ist zu Ende. Okay, dann würfe ich mal. Okay, ist eine 2. Die Karte. Und was? Na gut. Es wäre egal gewesen. Ich habe ja keine Karte. Eat the Hand. Ja. Das ist eine Spinne. Cool. Ich gehe nochmal 2, ne? Ja. Das hast du jetzt direkt davor. Also machen wir entweder einen Zweier-Pasch oder mit einem Würfel eine 1. Wenn der Toni dann dran ist. Ich nehme einen. Also wir nehmen eigentlich mal einen Zweier, also zwei Würfel. Aktuell ist es noch egal, aber Toni ist noch gar nicht dran. Ja, weil du sonst weniger zurückläufst, wenn du einen Würfel würfelst. Das ist wahr. Aber es ist erstmal egal, weil erstmal ist die Mareike dran. Sie kann ins Ziel gehen. Der Blankwolf kann ins Ziel gehen. Der Blankwolf kann nicht ins Ziel gehen, weil die Mareike nur zwei Schritte gehen darf. Beide macht es mal richtig. Der Blankwolf ist tot. Nein. Hätte eh nicht gereicht. Na dann, äh, splintered Raptors all around duck them or they pin you down. Move back on space. Okay. Einen Schritt zurück. Oh nein. Nicht gut. Schwer noch Platz da. Hey! Guck mal, du hast ein riesengroßes Feld. Mein Gott, ich hab da zwei. Tut mir leid, Frauen brauchen wir halt eben da. Dankeschön. Neue Karte. Bestimmt dieselbe. Das wär lustig. Enormous and yellow. These flowers grew. The fresh eating blossoms are hungry for you. Oh! Zwei Fälle nach vorne. Das ist aber nett. So, mal gucken was wir jetzt hier würfeln. Eine, drei. Eins, zwei, drei. Ich stell mich notfalls noch mal der Mareike in den Weg, dass sie nicht ins Ziel geht. Das ist super. Der boisterous laughing does provoke in any adventure they are no joke. All players move forward one space. Aber wir wissen, Tony darf dadurch nicht gewinnen. Das heißt, er bleibt stehen. Haha! Armes Tony. Tony, du bist dran. Was muss ich jetzt? Mit zwei würfeln? Was soll ich da jetzt würfeln? Eine Einser-Pasch. Zwei Sechsen. Einser-Pasch. Einser-Pasch und du gewinnst. Los, Tony. Als ob. Es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Eins, zwei. Eins, zwei. Mein Gott, Tony kann bis zwei zählen. You all was there with. Wasch is steak. But now the crowd begins to shake. Jetzt sind wir nicht gerade und ich kann zwei Pferde nach vorne gelaufen. Ja. Jetzt gehen alle Pferde nach vorne. Jetzt gehen alle Pferde nach vorne. Mareike ist dran. Sie kann Schluss machen. Sie kann Schluss machen. Zweifeln. Oh. 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 Tschüss.